Ich fand ganz schön, dass es nicht ins Bett ging, sondern in die Badewanne. Wir haben dann erstmal zu dritt gebadet. Ja. Okay, und dann ging es in die Wanne und in der Wanne ging es dann zur Sache. Da haben wir erstmal sehr viel erzählt, muss ich ehrlich sagen. Da haben wir sehr viel erzählt und uns gewaschen. Ich war ein Scherz, gewaschen natürlich nicht. Nein, dann fingen schon so Berührungen an und so weiter. Und dann wurden in der Wanne die Regeln fürs Bett besprochen. Ladylike, die Podcastshow. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.